HiFi Setup Tours, die Folge 29, dran geblieben. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zur Folge 29 unserer HiFi Setup Tours. Und ich habe schon wieder richtig Lust drauf und wir beginnen auch direkt mit dem ersten Setup. Und das erste Setup für heute kommt von dem Michael aus Oberfranken. Erstmal danke Michael, du hast echt mega viele Fotos geschickt. Und auf den ersten Blick muss ich sagen, ja direkt schon mal wow. Also mich spricht es an. Ich denke mir direkt wow, da gibt es Spannendes zu entdecken. Nichts von der Stange, so wie es aussieht. Wir legen los mit seinem Plattenspieler. Dabei handelt es sich um einen Nottingham Analog Space Deck mit A-Space 10 Zoll Tonarm. Er schreibt, es ist ein Masselaufwerk mit freistehendem Motor und Riemenantrieb. Er hat da eine Plattenmatte drauf aus Neopren. Oh, das ist mir aber auch neu. Interessant. Er schreibt, der Strea steht auf einer dazugehörigen MDF-Basis, welche mit Sorbotan-Füßen gedämpft ist. Die Plattenhaube kennst du. Danke für den Tipp. Ah ja, sehr gut. Hast du dir auch eine von Sora.de machen lassen. Jawohl. Übrigens, wer diese maßgeschneiderten Hauben nicht kennt, also es ist keine Werbung. Ich finde die einfach nur cool. Ich habe die selbst schon zweimal dort machen lassen und für mich gekauft. Ich verlinke euch mal hier ein Video, da habe ich schon mal das vorgestellt. Ein CD-Player hat er. Das ist ein Audionet VIP Versatile Player G2 oder G2 Top-Loader. Sehr gut. Wieder mal ein Top-Loader. Wer mich kennt und verfolgt, weiß, mir gefällt es und das ist auch mega cool. Das ist ja auch bei dem, das ist nochmal anders wie bei meinem. Hier kann man dann noch, das ist wie bei vielen Top-Loadern, zusätzlich so ein Puck, wie so ein Plattengewicht, oben dann auf die CD drauflegen. Er schreibt, er ist generalüberholt und mit G3 Upgrade. Er spielt neben CD auch SACD, DVD-Audio und DVD. Sein Phono-Verstärker. Ein Audionet Pump Phono Amplifier der ersten Generation. Ein MM- und MC-Vorverstärker. Er schreibt, er nutzt ihn mit einem MM-System. Das Transrotor Ucello Reference, welches in Zusammenarbeit mit Goldring entstanden ist. Auch er wurde wie der Player vom autorisierten Audionet Partner generalüberholt und auf neuesten Stand gebracht. Also Audionet scheint er irgendwie Fan zu sein. Passt. Ich glaube, haben wir auch bisher noch nicht dabei gehabt oder wenn relativ selten. Der Verstärker, das ist ein Octave oder Octave V40 SE Röhrenvollverstärker. Er betreibt ihn mit 6550 Röhren in der Endstufe. Ich finde, ein relativ schlichtes und modern elegantes Gerät für so einen Röhrenverstärker. Gut, das ist hier wohl eine Abdeckung drauf. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es ist leider kein Bild dabei, wo die Abdeckung ab ist, wo man vielleicht die Röhren sehen würde. Die Lautsprecher. Jawohl. Das Spannendste auf den ersten Blick. Diese sind ein Selbstbau, keine Selbstentwicklung. Die Lautsprecher kann man auch als Fertiglautsprecher beim Hersteller beziehen, aber eben auch als Bausatz kaufen. In verschiedenen Qualitätsstufen, was Chassis und Frequenzweichenbauteile betrifft. Im Bausatz enthalten sind die Chassis, Frequenzweichenbauteile, Dämmung, Bauplan und Schaltbahn. Ja, cool. Finde ich auch mal ein cooles Projekt. Jemand, der sagt, ich bin schon gern, ich mache schon ein Do-it-yourself, ist schon mein Ding. Aber ich traue mir jetzt nicht zu, einen Lautsprecher zu entwickeln, dass das am Ende gut klingt. Dass man sich so einen fertigen Bausatz, der schon bewährt ist, kauft, finde ich toll. Ja, das ist natürlich hier ein Drei-Wege-Horn-Lautsprecher der Firma Hornfabrik Eder. Er schreibt hier unten, in beiden schwarzen Holzkisten befinden sich die externen Frequenzweichen. Mittel- und Hochtöner können in ihrer Lautstärke noch etwas auf den Raum und die Hörgegebenheiten angepasst werden. Gewicht je Lautsprecher K 80 Kilo, Wirkungsgrad 95 dB. Okay, nicht übel. Er schreibt noch über Rack, Kabel und sonstiges. Das Rack ist ein Shurs & Shurs. Alle Geräte stehen auf Multiplex-Basen. Die Basen sind mit Silo-Packs, Schaumstoff-Packs für verschiedene Gewichtsklassen, gedämpft. Die Lautsprecher stehen auf Viaplu Ufus. Stromkabel sind selbst konfektionierte, doppelt geschärmte Viaplu X25 Silver. Chinch, Kinch oder Synch-Kabel. Ihr wisst ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, richtig ist wahrscheinlich Sinch. Hört sich aber, finde ich, irgendwie komisch an, oder? Die sind von Purewire. Netzleiste ist eine HMS Energia oder Energia MK2. Lautsprecherkabel sind QED XT25 mit Hohlbananas, selbst konfektioniert. Er schreibt auch noch kurz was zu seinem Raum. Der Raum ist nur leicht mit Baso-Tekt behandelt. Ich habe jedoch auch wenig bis keine Probleme mit Schallreflexion, was wohl hauptsächlich im Abstrahlverhalten der Lautsprecher liegt. Okay, ja, sehr spannend, Michael. Das gefällt mir wieder. Also, wieder Prädikat, individuell. Sieht auch schön aus, wie das da steht, finde ich. So, auf den ersten Blick dachte ich, vielleicht täuscht das aber auch aufgrund der Größe der Lautsprecher, dass die ein bisschen mehr Entfernung zueinander, ein bisschen mehr Raum gebrauchen könnten. Aber gut, ich weiß ja, wie es ist. Man ist ja zu Hause auf das begrenzt, was es ist. Aber kannst ja mal drunter schreiben, ob du sie, wenn du die Möglichkeit hättest, noch etwas breiter aufstellen würdest. Michael, vielen Dank für deine Einsen. Das nächste Setup kommt von dem Olli aus Ludwigsburg. Und als Einstieg in seine Mail schreibt er, wenn ich mich nicht irre, wurde bisher in keiner deiner Setup-Videos eine Kette mit Elektrostaten vorgestellt. Das möchte ich hier nun mal ändern. Ich höre seit Jahren über Elektrostaten und mir kommt nichts anderes mehr ins Haus. Okay, super. Ja, lass mich mal überlegen. Nee, ich glaube, ich glaube nicht, dass in den 29 Folgen mal Elektrostaten dabei waren. Aber dementsprechend steigen wir mal bei dir ein. Deine Komponenten, den Plattenspieler. Ja, habe ich erkannt. Das ist der Kusma Stabi 2. Altes Modell mit Zarge aus massiver Eiche mit externem Netzteil. Darauf hat er den Tonarm Kusma Stogi Referenz und darauf als Tonabnehmer einen Fandenhull Colibri XGP. Er nutzt ebenfalls ein Plattengewicht darauf, ein Bronze von Matthias Schneider Sound at Home. Ja, genau. Das ist das alte Modell mit der Zarge, wie er schreibt. Richtig, das habe ich noch nicht so häufig gesehen. Denn eher sieht man das neuere Modell, dass der irgendwie so ein bisschen großartig ohne Zarge daherkommt, wenn ich mich nicht irre. Finde ich definitiv interessante Geräte. Auch der Hersteller Kusma habe ich echt auf dem Schirm. Nicht nur den Plattenspieler, auch einfach nur die Tonarme von denen. Wirklich sehr, sehr spannend. Seine Phonopree, eine Kayin CS6PH. Das ist eine Röhrenvorstufe, MM und MC und das Ding wiegt 11,5 Kilogramm. Ja, das ist amtlich. Sein Vollverstärker, ein Lyric TI200 Parallels Single Ended Class A. Der hat K2x44 Watt mit KT170 und 36,5 Kilogramm. Ja, passen ja auch irgendwie rein optisch schön zusammen. Ich jetzt wieder als, sag ich es mal, wie sagt man das, Symmetrie-Freak. Ja, wir müssen immer alles mittig und zentriert sein. Also mir würde das besser gefallen, wenn die Phonostufe von Kayin über deinem Vollverstärker mittig stehen würde. Aber du hast da nebendran Platz gebraucht für, was ist das, ein Netzteil oder irgendwas. Er nutzt ebenfalls einen Netzfilter von der Firma Inacoustic, die Powerstation AC 3500P. Wir kommen zu seinen Lautsprechern. Wie im Einstieg schon genannt, handelt es sich um Elektrostaten. Das sind Martin Logan Ethos oder Martin Logan Ethos. Elektrostatischer Hybrid-Lautsprecher mit aktivem Bass 200 Watt am Kanal. Und das Ganze nennt sich Zebranophonia. Ja, also Thema Elektrostaten, da kenne ich mich wirklich nicht aus. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich mich damit zumindest optisch anfreunden kann. Das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Also dieses immer sehr schmale Teils, wie es hier durchsichtige. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von Lautsprecheroptik. Aber das hat nichts mit der Qualität der Lautsprecher zu tun. Das ist ja ganz klar. Was ich ganz wunderschön finde, ist der hintere Teil mit dem Bass drin, mit dem Holz. Das ist mal wieder voll mein Geschmack. Auf jeden Fall finde ich, haben die Dinger immer einen Wow-Effekt. Wenn man die irgendwo sieht und vielleicht auch jemand, der gar nicht in der Thematik drin ist, der findet das bestimmt direkt sehr spannend. Da hat man direkt ein Thema. Lautsprecherkabel nutzt er vom Via Blue SC6. NF-Kabel, Tara Labs Quantum Reference. Netzkabel, Tara Labs AC Affinity. Sein Rack, das ist ein kopulare Zonaltonbasis. Wieder mal was Neues, noch nie gesehen. Er betreibt noch Entkoppelung bei den Lautsprechern und der Phono Pre. HGP-Taktil, Kohlefaser-Sandwichplatten mit innenliegender Wabenstruktur. Er hat noch eine Plattenwaschmaschine, die Clear Audio Smart Matrix Silent. Er ergänzt noch der Kusma, ist sein Arbeitstier und treuer Begleiter seit 30 Jahren. Oh cool. In Verbindung mit dem Stogie-Referenz-Tonarm eine fantastische Kombination. Diesen Arm gibt es seit 1986 und der gehört immer noch zur Weltklasse. Ja, und zum Tonabnehmer sagt ja noch, er hat viele Abtaster in den letzten 30 Jahren ausprobiert. Das Van der Hoel Kolibri ist aber mein persönliches Daumensystem. Extrem schnell, druckvoll, spielfreudig und musikalisch. Mehr geht nicht für mich. Naja, also das kann man wohl dann mit Leichtigkeit behaupten, dass du beim Plattenspieler und inzwischen dann auch beim Tonabnehmer angekommen bist, wenn du dem so lange treu bist. Finde ich cool, Olli. Vielen Dank für deine Einsendung. Und beim dritten Setup für heute geht es ins heimische Wohnzimmer von dem Lars. Und auch Lars hat sehr schön viele Fotos geschickt. Vielen Dank vorab dafür. Wir schauen mal als erstes rein. Ja, also ich finde passt erstmal alles gut zusammen. Von der Wand übers Möbel, Fernseher und die Lautsprecher-Rack. Alles irgendwie farblich passt das hier rein. Es sieht irgendwie, wirkt nichts als Fremdkörper. Seine Geräte, der Verstärker, ist ein Vollverstärker Audiomart Opera Reference 12. Optisch ein echter Bolide. Sein CD-Player, ein Goldnote Stibbert 5, wenn ich das richtig lese. Cooles Format, so MIDI-mäßig. Gefällt mir. Sein Phonoverstärker, Croft Micro, R-I-A-A auf Stillpoints. Oh ja, sehr schlichte Phonostufe, so Stealth-Optik. Ja, Stillpoints, Thema hatten wir schon mal. Also das muss ich wirklich mal testen. Also über diese, ich sag's erstmal, Geräte, Füße, Isolatoren da, Geräte, Basis, wie man auch sagen will, die sind wirklich spannend. Und da habe ich Leute schon sagen hören, also das macht so einen mega Unterschied. Die Kosten dementsprechend, müsst ihr euch mal anschauen. Auf jeden Fall spannendes Thema. Sein Plattenspieler, Eigenbau inklusive Tonarm. Aha, Motor und Motorsteuerung von Musical.life. Durchgehende Tonarmverkabelung von Heiko Wingender. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow, da hast du dir aber ein massives Teil zusammengeschneidert. Darauf läuft ein Goldnote Valore. Und die Lautsprecher, die wir sehen, das sind die Audiophile Cantata 2. Auch neu und zum allerersten Mal dabei. Und ich meine mir unbekannt. Rein optisch hätte ich gedacht, wir hätten die schon mal dabei gehabt. Aber vom Namen her sagt es mir jetzt wirklich gar nichts. Verkabelung, Signalkabel, auch Audiophile Legato. Lautsprecherkabel WSS Platinline. Stromversorgung ist bei ihm Eigenbau, sternförmige Verkabelung. Okay, wirklich mal wieder spannendes Setup, keine Frage. Ich sehe hier auch gerade nochmal den Plattenspieler. Also es ist echt Wahnsinn. Auch in der Kombination mit dem Gold da dran, an dem Tonarm. Und ich nehme an, rechts hier auf dieser Kiste, das ist der Antrieb. Das ist das Einzige, was mir jetzt optisch hier nicht zusagen würde. Auf dieser Holzkiste der Antrieb da so. Natürlich gut, dass der separat ist. Aber ich weiß nicht, ich finde, vielleicht so ein schwarzer Ständer oder irgendwas. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend und für mich wieder Neues zu entdecken. Ergänzt übrigens noch bei den Plattenspielern. Die Messingteile, die ich jetzt als Gold beschrieben habe, werden im Winter noch zum Verchromen gegeben. Da mir schon einige dazu geraten haben und ich auch der Ansicht bin, dass das so stimmiger aussieht. Ja, ich weiß nicht. Ja, stimmiger vielleicht, aber ich finde gerade das Gold-Messing-Farbene richtig hat was. Übrigens, dieses HiFi-Rack ist vom Hersteller Solid Tech. Habe ich schon mal gesehen. Ja. Ich danke dir, Lars. Das vierte Setup von heute kommt von dem Christoph. Und auf den ersten Blick schauen wir mal. Hier wird es, ich nenne es mal clean. Wir beginnen mit seinem Verstärker oder seinen, wie er selbst schreibt, eierlegende Wollmilchsau-Zentrale. Das ist ein AVM Evolution CS 5.2BT. Das ist ein All-in-One-Gerät mit Streaming, mit CD-Player, mit Vollverstärker, mit allem drum und dran. Ja, warum nicht? Der AVM erhält seinen Saft über ein AudioQuest NAQY3-Netzkabel. Und gesteuert wird er über die AVM RC3-Fernbedienung. Er schreibt, schönes Stück Alu, was ich gerne auf meinem Wohnzimmertisch liegen habe. Okay, auch seht ihr mal, auch eine Fernbedienung kann Spaß machen. Oder über die AVM RCS App vom Handy aus, die wirklich gut funktioniert. Die Lautsprecher, die daran angeschlossen sind, ja, bekannte, die Canton Venton 896.2 DC. Er schreibt, die Lautsprecher sind über B-Wiring an den AVM angeschlossen. Lautsprecherkabel, zweimal AudioQuest Robinhood Zero und zweimal AudioQuest Robinhood Bass. Er schreibt, das war's, keep it simple. Und er schreibt noch, die größten Aha-Effekte in den letzten Jahren wurden beim Ausprobieren verschiedener Lautsprecherkabel gesammelt. Oh, oh, gesammelt, ey, 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 jetzt wird's wieder, ne, äh, Achtung, die, die, die Mistgabel, sie kommen. Äh, so, so bin ich auch auf die oben genannten AudioQuest B-Wiring Kombination gekommen, welche die Klangqualität auf ein anderes Level gehoben hat. Kann ich jedem nur ans Herz legen, mal was auszuprobieren, ist nicht alles Wudu, sehe ich genauso. Vor allem das Thema, man sollte es einfach mal ausprobieren und auch denen ihren Spaß lassen, die sagen, jawohl, das ist was für mich, denn alle anderen brauchen sich doch darüber nicht zu ärgern, meine Meinung, die haben einen Haufen Geld gespart und haben auch Spaß mit ihrer Anlage. Also, Leute, wie immer, jeder, wie er mag. Ja, und, ähm, ja, so sieht doch ein, ähm, modernes, schlichtes Setup aus, ohne Plattenspieler. Kann ja vielleicht noch werden, Christoph. Nee, alles gut, soll natürlich jeder hören, wie er möchte. Ähm, ja, so sieht ein modernes Setup aus, finde ich, heutzutage. Und, äh, relativ schlicht, ja, wobei die Lautsprecher ist schon relativ groß und simpel mit einem Gerät, all in one, im Wohnzimmer, äh, integriert. Ja, auch das muss es geben. Vielen Dank, Christoph. Und es geht nochmal spannend weiter mit dem letzten Setup, das heute von dem Michael aus Kusel kommt. Wir schauen gemeinsam rein und sehen auf den ersten Blick bekannte Komponenten. Wir starten mit seinen Lautsprechern. Das sind NUBERT NUVERO 100C. Ja, aber das glaube ich schon mal gesagt, bei NUBERT ist es ja wirklich so, äh, nur 0 oder 1 auch, ne. Also ich glaube, es gibt fast keinen Lautsprecherhersteller, bei dem das extremer ist, die eine Fanbase hat und auf der anderen Seite Leute, die nicht draufstehen, ja. Der Plattenspieler, ein mir sehr bekanntes Gerät, Dr. Feigert Woodpecker Plec, Furnieroption Zebrano mit Inertia Teller inklusive 8 Messinggewichten, wie ich es auch habe. Ja, ich muss schon zugestehen, rein optisch ist diese Kombination, wie du sie hast, in Schwarz mit den Alu-Teilen und die mit dieser schönen Holzmaserung gefällt mir doch deutlich besser als, ähm, ja, meine Schwarz-Silber-Kombination, aber, äh, ich habe den ja damals gebraucht gekauft und was will man machen, dann nimmt man auch, was man bekommt. Also, äh, ich will sagen, wunderschönes Gerät. Auf dem hast du einen Tonarm, den Groovemaster 3, ein 12 Zoll Banana Titan mit Mounting Collar Stainless Steel. Äh, in Kombination mit einer Hedgeshell auch von Groovemaster, Dark Walnut Silver Handle, schön. Und du spielst da drauf den Orthophon MC30 Super Classic als Tonabnehmer-System. Auch nicht gerade verbreitet und, ähm, würde ich gerne mal hören. Phonokabel, das Jelko TK50A Rot, das hatte ich auch dran und, ähm, vielleicht erinnerst du dich oder guckst nochmal, ich hatte mal ein Video gemacht über, ähm, ein Experiment mit einem anderen Phonokabel, auch an meinem, äh, Feigart, aber ich hatte ja auch einen Jelko-Tonarm. Und das war ein großer Unterschied gegenüber dem Jelko-Kabel. Kannst du mal ausprobieren, jetzt ganz unabhängig von welchem Hersteller das sein muss, ähm, ja, nur so als Idee. Seien Stereo-Verstärker, Symphonic Line RG14 Edition MK5. Ja, diese Symphonic Line, ich finde das, das sieht irgendwie so aus wie Manufaktur, ähm, in Kleinserie zusammengebaut. Ne, also, ich finde, die Geräte sehen nicht aus wie, äh, sowas von der Stange, aber ich glaube, da gibt's auch anderes. Als Vorverstärker, ja, Dr. Feigart Analog Vero, den kenne ich und finde ich auch mega, mega spannend. Ich durfte den, ähm, damals bei dem, äh, Sascha Vinylcheck schon mal, äh, anschauen und auch hören. Das ist wirklich, ähm, ein mega, äh, tolles Gerät von Feigart, hier in Kombination mit dem Plattenspieler. Auch, äh, mehr als logisch. Auch der CD-Player ist für mich ein sehr bekanntes Gerät. Mein im Wohnzimmer befindlicher, ähm, CD-Player Rega Apollo R Toploader. Einfach nach wie vor cool. Und noch einen, äh, Sony CD-P561 hat er am Einsatz. Auch eine Plattenwaschmaschine hat er vom Project Vinylcleaner VC S2 Alu. Das ist dementsprechend die gleiche, die ich auch habe. Er schreibt übrigens noch zu der Kombination Feigart-Plattenspieler und, ähm, Vorverstärker DFA Vero. Äh, die Kombination spielt groß auf, sagt er. Er zaubert eine große Bühne in die Front und bietet mir im Vergleich zur Gold Note PH10 ein noch, ein noch ruhigeres Klangbild. Das ist schon großes Kino. Ah, okay. Ja, ich weiß auch, glaube ich, was du mit ruhigem Klangbild meinst. Sehr gut. Noch kurz zum Symphonic Line RG14 Edition MK5 Stereo-Vollverstärker von Rolf Gmein aus Duisburg. Stereo-Player hat mal geschrieben, das sei ein Klangfarbenkünstler. Ich glaube, mit dem kann man mal den Saarbrücker Ludwigspark bescheiden. Der SL hat Kraft ohne Ende. Okay, ähm, spannend. Sieht ja auf den ersten Blick gar nicht so aus, hä. Kannst du mir vielleicht nochmal reinschreiben, ähm, ist das schon ein älteres Gerät oder gibt's den aktuell so? Und er schreibt noch, ich höre in meinem knapp 15 Quadratmeter großen Raum bevorzugt Vocal Blues, Vocal Jazz, Soul, Folk Country und Singer, Songwriter. Der Raum ist akustisch kaum behandelt und ich glaube, da könnte man noch einiges an Klangverbesserung rausholen. Na, das ist schön, dass du das schreibst, dass wir den einen oder anderen freuen, der das immer wieder bemängelt hier. Aber einerseits bin ich sehr zufrieden, schreibt er so wie es ist. Und zum Zweiten bezweifle ich mal ganz stark, dass ich die mögliche Verbesserung mit meinen Holzohren, Tinnitus, schreibt er, wahrnehmen würde. Ja, probieren geht überstudieren, muss mal gucken. Und hier kommt von dem Michael für heute auch ein sehr schöner Schlusssatz. Auf jeden Fall kann ich sagen, schreibt er, dass ich die Musik noch nie so genossen habe, wie zur Zeit in meinem kleinen, aber feinen Musikzimmer. Musikzimmer, ja, ey, das ist doch optimal, so geht es mir aktuell oben auch. An den Punkt angekommen, wo man nicht mehr bastelt, zumindestens aktuell, ihr wisst ja, wie es ist, und die Musik hört. Und das ist doch das Ziel, das wir haben. Und ob das jemand mit einer Anlage mit gebrauchten Teilen für 500 Euro hat oder für 50.000, das ist doch egal. Das ist wie mit allem im Leben, am Ende geht es darum, dass jeder da irgendwie ankommt und Spaß an der Musik hat und das Ganze genießen kann. Wenn ihr öfters meine HiFi Setup Tours schaut, seid doch so nett und lasst mir mal ein Abo da. Ich freue mich auch immer über einen Kommentar von euch. Schaut noch ein paar alte Folgen der HiFi Setup Tours. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann. Musik 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 Musik